Heute begrüße ich Sie wieder herzlich in der Pluspunkt-Apotheke Friedeburg, direkt beim ersten Schnee. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich möchte heute das letzte, was ich letztes Mal gesagt habe, über die Magen-Darm-Erkrankungen sprechen. Eigentlich mehr über Magen-Darm-Irritationen wie Völlegefühl, Blähungen, einfach Unwohlsein, Magendruck, Sodbrennen und all diese Dinge, die man selbst behandeln kann und wegen denen man nicht zum Arzt gehen muss. Die richtigen Magen-Darm-Erkrankungen wie Magenschleimhautentzündung, Magengeschwür, die unbedingt einen Arztbesuch erfordern oder auch schwere Infektionen des Magen-Darm-Traktes, müssen wir außen vor lassen. Dazu ist die Sendung zu kurz und wenn Sie zum Arzt müssen, werden Sie dort ja eh auch optimal beraten. Da nun die Advents- und Weihnachtszeit begonnen hat und wir alle wissen, dass wir in diesem Monat anders essen und auch mehr essen als üblicherweise, kann es natürlich leicht vorkommen, dass wir zu Irritationen nach einem Festmahl oder nach einem Kaffee trinken mit Kuchen und Plätzchen und dass wir da zu Sodbrennen neigen. Und dazu möchte ich Ihnen kleine Tipps und Anregungen geben, wie Sie das besser vertragen und besser durchstehen können. Fangen wir mit dem Magen an. Welche Irritationen gibt es dort? Gut, wir kennen alle nach dem schweren Essen Völlegefühl, Magendruck, das Unwohl. Wenn es dann zu Aufstoßen kommt und zwar zu saurem Aufstoßen, dann wird das erst richtig unangenehm. Spätestens bei Sodbrennen greifen alle von uns in die Hausapotheke und holen sich was dort heraus, was Ihnen hilft. Bei Völlegefühl, Magendruck und würde ich Ihnen auf alle Fälle erst mal Pflanzenmedizin empfehlen, wie zum Beispiel Ibogast oder machen Sie sich erst mal einen Tee mit Wermut. Okay, der schmeckt nicht, aber der tut unheimlich gut. Wermut, 1000 Güldenkraut, Löwenzahn, sehr gut auch für die Leber und Galle. Also da gibt es schon erst mal Pflanzen, die Ihnen sehr gut helfen können. Bei Sodbrennen gut, da greift man weniger zu Pflanzen. Ich meine, es würde auch ein Wermut-Tee helfen, aber da nimmt man meistens doch entweder Basensalze, wie Renni oder Rebasid oder Septylen oder man nimmt diese Milch, die alle kennen von Ihnen, Phosphologil oder Maloxan. Die kann man direkt aus der Tüte trinken und die kleidet die Schleimhäute des Magens oder den Mageninhalt aus und senkt dadurch das Aufstoßen und nimmt dadurch auch das Saure weg. Definitiv richtig weg. Also Sie haben dann sofort eine Reaktion und das ist auch oft sinnvoll, weil das Sodbrennen sollte man nicht lange hinnehmen, denn die Säure, die in die Speiseröhre aufsteigt, kann tatsächlich die Speiseröhre angreifen. Also das sollte man nicht durchstehen, weil man denkt, naja, das wird schon, sondern man sollte wirklich was unternehmen. Wie sieht es in den Weihnachtsfeiertagen und in den Völletagen mit unserem Darm aus? Der Darm arbeitet natürlich Tag und Nacht. Für Sie, für mich, für jeden von uns ist er in Aktion. Allerdings sagt man, er geht mit den Hühnern schlafen und er steht mit den Hühnern auf. Also nachts ist die Darmaktivität wirklich herabgesenkt. Jetzt ist es so, dass Sie bei ungewöhnlichen Speisen oder auch mit viel Fleisch natürlich leicht zur Verstopfung neigen oder andere auch wiederum zu Durchfall. Also jeder reagiert anders auf die veränderte Ernährung. Und bei beiden Fällen, Durchfall wie Verstopfung, denken Sie daran, einmal Durchfall muss man noch keine Maßnahme ergreifen. Einmal einen Tag nicht auf Toilette müssen, ist auch noch kein Grund, was zu tun. Also warten Sie lieber mal zwei, maximal drei Tage ab, bevor Sie was unternehmen. Und dafür gibt es natürlich viele Dinge, die Sie, viele Medikamente und Hilfsstoffe, die Sie zu Hause haben können, in Ihrer Hausapotheke. Bei Durchfall kann man als, am besten erst mal mit einem Hausmittel anfangen wie Tee. Gerbstoffe arbeiten gut gegen Durchfall. Geriebenen Apfel, das kennen wir alle noch von Oma und Empfehlungen, Hausapotheke. Einen geriebenen Apfel langsam löffeln, das hilft auch sehr bei Durchfall. Dann vielleicht weniger Kaffee, den Kaffee einschränken, nichts Scharfgebratenes. Das wären so die ersten Maßnahmen. Gerbstoffe, wie gesagt, gibt es auch als Tablette, zum Beispiel in Tarnacomp oder Tarnalbin. Wenn Sie stärkere Sachen brauchen, weil es einfach nicht aufhören will und Sie vielleicht sogar Schmerzen haben oder sich wirklich sehr unwohl fühlen und schwach fühlen, dann greifen Sie natürlich wie alle Menschen, die stabil und gesund sind, entweder zu Imodium oder zu Vaprino oder zum Nachahmer Loperamid. Also da kann man dann schon etwas Stärkeres nehmen. Allerdings ist Imodium zum Beispiel auch nicht so gut für Kinder, gar nicht geeignet und nicht für alte Menschen, die ein bisschen gebrechlich und schwächlich sind. Dazu ist das zu stark. Unser Professor und der Universität sagt immer, und das hämmerte uns in den Kopf wie ein Pfarrer von der Kanzel, einmal täglich bis einmal wöchentlich ist normal, Stuhlgang zu haben. Und das möchte ich Ihnen auch mit auf den Weg geben. Also wie gesagt, nicht bei jeder Irritation gleich was unternehmen. Ich trinke mal ein bisschen mehr Wasser oder ich lass mal den Kaffee weg, weil Kaffee entzieht ja dem Darm Wasser. Oder ich bewege mich mal mehr, ich mache langen Spaziergang oder irgendwie sowas. Damit kann man sich schon ein bisschen behelfen. Aber wenn alles nichts hilft, dann eben würde ich auch wieder sagen, erst mal mild vorgehen mit Movicool. Das sind diese Tütchen, die Sie vielleicht kennen, auch frei verkäuflich. Oder Glycerin-Zäpfchen, wenn es schnell gehen soll. Oder Sie nehmen dann stärkeres wie Agio-Lachs und Lachsoberal. Das sind Tröpfchen, die sind leicht einzunehmen. Oder Sie versuchen es mit Senesblättertee, obwohl man denkt Tee, ist der aber recht stark. Also da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es dann zum Gegenteil kommt und Sie heftig darauf reagieren. Generell muss man sagen, also für die Feiertage als kleinen Tipp gebe ich Ihnen an die Hand. Gehen Sie spazieren, gehen Sie an die frische Luft. Trinken Sie auch zwischendurch mal einen Kräutertee. Da ist immer, macht meistens basisch. Früchtetee macht meistens eher, wird sauer verstoffwechselt, aber Kräutertee basisch. Erzgebirgstee oder so. Da gibt es ja wirklich gute Tees, die man auch zwischendurch mal trinken kann. Also achten Sie darauf, dass Sie viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Lassen Sie sich die Laune nicht verderben durch diese ganzen äußeren Umstände, jetzt die gesellschaftlichen Umstände, die wir haben. Genießen Sie Ihre Weihnachtstage und denken Sie daran. Auch in Ihrer Pluspunkt-Apotheke kann man sehr schöne Geschenke und Geschenkgutscheine bekommen, wenn man unentschlossen ist. Und man kann dort wirklich seine Familie, seine Freunde, jung und alt, eine Freude machen. Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden. Passen Sie gut auf sich auf. Alles, alles Gute bis ins neue Jahr. Ich freue mich schon auf Sie. Tschüss.